Wir hatten, glaube ich, in der 92. noch einen letzten Breitschuss bekommen. Da dachte ich mir, die Stürmer haben es davor nicht geschafft, da muss ich halt selber mal nach vorne. Da kam der Ball etwas länger. Ich glaube, Noah köpft ihn dann zurück in die Mitte. Ich stehe eigentlich schon zu weit vorne, der Ball kommt mir irgendwie in den Rücken. Und ich versuche halt irgendwie mit der Ferse an den Ball zu kommen. Weil er dann so genau neben dem Innenpfosten damit war, halt auch ein bisschen glücklich. Aber ja, war ein mega geiles Gefühl. Jaaa! Jaaa! Jaaaa! Jaaa!